Ihr seid soweit, ja? Ist irgendjemand drin? Dann geht einfach mal rein, mal gucken, was passiert. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist so stressig gerade schon wieder. Hier seht ihr ein entfesseltes Hoppa auf der X-Raid Arena in Hildburghausen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es sein so ewiges Hin und Her. Wir hatten noch so viel Stress jetzt tagsüber, das irgendwie zu organisieren, zu timen, noch die Teams zusammenzustellen. Ach, so Teams zusammenstellen, genau. Muss ich mal rüberwischen auf ein Team, was ich mir überhaupt erstellt habe. Das empfehle ich euch auch. Habt ihr euch so eingespeichert, aber ich vergesse es bei mir immer. Entfesseltes Hoppa ist da in den Top Raids. Das ist Schenaya, das ist Hannes. Wir wollen jetzt versuchen um 11 Uhr genau drei Raids zu machen mit dem entfesselten Hoppa. Problem ist, hier um 11 geht einer auf. Das ist der, den ihr seht. Gleichzeitig sind jetzt noch zwei andere auf in der Stadt und die schließen alle um 11.30 Uhr wieder. Wir müssen also den jetzt machen, schnell kämpfen, fangen zum nächsten und dann zum nächsten, das innerhalb einer halben Stunde. Wird halt so ein bisschen stressig. Ist sogar so stressig, ich habe sogar vergessen die Kamera mitzunehmen. Deswegen musste ich noch mal zurück. Bin jetzt eben erst hier angekommen. Ein paar Leute sind drin, ein paar Leute machen mit. Kann man die vorlesen. Chill Boris, Aiwa Scharf, Jena, Aiwa Soft, Supersani, Samyang, Blood and Tears, Geni Methylen, Fadi Miku, Serkancho, Ramses der Dicke. Mega-Sherox ist auch am Start. Werte habe ich jetzt leider nicht. Werte sind egal. Ich weiß auch nicht, wie man das machen soll mit dem zweiten. Ich müll gerade den Community Tab zu, weil ich dann immer einfach ein Bild poste mit der nächsten Arena, damit wir wissen, welchen wir jetzt nächstes machen und wer halt dann vor Ort ist und eben dann mit reingeht. Wenn wir dort sind, der ist halt eben dabei. Wir selber sind auf jeden Fall guter Dinge, dass wir das schaffen, sage ich mal. Kameraperspektive sieht auch wieder aus wie Gulasch. Normalerweise stelle ich euch ja immer da hinten auf die Brücke. Diesmal nicht. Wir starten jetzt. Bin gespannt, weil viele gesagt haben, das Ding ist knüppelhart, wie Mega Latias oder Latios, dass sie zu zwanzigst gekämpft haben und haben dann gerade mal die Hälfte der Zeit noch übrig gehabt. Also, dass du es im Prinzip zu zehnt nur ganz, ganz knapp schaffen würdest. Andere sagen wieder, nee, zu dritt ist der gut machbar. Nimm ein bisschen Käfer und dann passt das schon. Ist natürlich gut, wenn der leichter machbar ist, dann ist man nämlich schneller fertig und kann schneller zum nächsten Raid. Und so probieren wir es nämlich jetzt auch. Ihr knüppelt einfach drauf, entfesselt der Sopper in Raids. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock? Habt ihr keinen Bock? Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, das zu raiden? Da muss man ein bisschen tricksen, dann kann man das vielleicht machen. Aber egal, was man macht, es ist eh alles falsch. Wenn du dich irgendwo hin spoofst, wo halt wie in Zaragoza, wo viel los ist und du würdest dort raiden, ist verboten. Hast aber Mitstreiter. Wenn du selber, wenn du nicht spoofst und sagst, okay, ich will den machen, aber wir sind nur drei Leute, am besten jeder nimmt noch einen zweiten Account, dann sind wir sechs Leute, ist verboten. Darf es also auch nicht machen. Also, ist sehr kompliziert, aber Niantic weiß schon, was es macht. Jetzt können wir kurz mal vergleichen auch, wer wie viel WP hat und ob ein Scheini dabei ist. Das natürlich nicht. Das drücke ich hier auch weg, weil wir müssen uns ja beeilen. Muss ja schnell gehen. So, 22,49. So, der ist im ersten Ball hier drin gewesen, links. Das ist sehr gut. Vielleicht sollte man die ja mal probieren, mit äh, mit gelben Beeren zu fangen. Silbernen Beeren, wie auch immer. Müsstest du ja garantiert dann auch XL-Bonbons bekommen, die du sonst nicht hast. Also nutzt die Gelegenheit eigentlich, da ein paar Bonbons zu machen. Wer weiß, ob das überhaupt jemals wiederkommt. So, wir drehen und drehen und drehen. Ihr könnt ja während der Fahrt weiterfahren. Ich muss fahren. Nächste ist nämlich an der Tischtennisplatte. Bei der Psychiatrie, bei der Tischtennisplatte, da muss ich auch mal gucken, wo man sich da hinstellt, wie man da am besten parkt. Dass man nicht auf die Tischtennisplatte drauf fährt. 11.05 Uhr, aber zeitlich. Ja, wenn ich jetzt mit 200 weiterfahre durch die Stadt, schaffen wir es bestimmt bis 11.10 Uhr an die Tischtennisplatte. Danke Najendik für den Stress. Genau 3 Stück 11 Uhr, 3 Stück 14 Uhr und 3 Stück 17 Uhr haben wir, glaube ich, in der Stadt, weil wir so viele X-Ray-Darenen haben. Der ist jetzt auch drin. Ich bewerte den auch mal ganz kurz. 15.10 Uhr, 13 Uhr. Wir fahren ab zum nächsten. So, wir sind jetzt hier in der nächsten Arena. Ich gehe jetzt hier drauf. Ihr seid soweit, ja? Jo, wir sind rein. Also hier, die Tischtennisplatte, eigentlich. Die sieht man aber nicht, weil die ist hinter diesem Gebüsch dort. Das Gute ist, man muss nicht Leute einladen. Hey, und hat viel mehr Zeit in der Lobby rumzuschimmeln. Schon wieder super herbstliches Wetter. Guckt euch das noch mal an. Hier, das ist die Genaya, das ist der Hannes. Da oben ist eigentlich die Tischtennisplatte. Da oben ist die Minigolfanlage. Da oben ist alles andere. Da oben ist Hannes seine Hose, genau. Wir haben jetzt den und den anderen für dich, weil der ist 11.10 Uhr. Jetzt ist es 11.13 Uhr. Wir sind also zu spät. Welch ein Wunder. Ging auch nicht anders. Können wir nicht hexen. Oh, den anderen verdankt für 11.25 Uhr am Schwimmbar. Das wäre der letzte. Die ersten drei von der Dreierrunde, die würde ich dann als Video hochpflanzen und die anderen vielleicht ohne Video. Vielleicht kann man 14 Uhr noch mal was machen oder so. Schauen wir uns dann mal an. Grüße gehen raus von den Leuten hinter der Hecke. An die Leute. So, wir warten jetzt bis es losgeht. Noch 22 Sekunden. Plätten den auch fix. Ich könnte eigentlich in der Zeit schon mal den dritten posten, fällt mir ein. Muss ich natürlich wieder auf Campfire. Campfire, damit ich die Arena habe und sehe. So, der ist auf. Ich mache einen Screen. Ich mache einen Weg. Ich mache noch einen Screen und sage einfach 11.25 Uhr. Ne, mache ich nicht, weil jetzt muss ich erst mal kämpfen. Ach, das kämpft ja theoretisch von alleine. Ihr seid ja dabei. Ne, ne. Ich drücke jetzt hier mit einer Hand irgendwo rum und gleichzeitig versuche ich dort zu drücken, die zwei Bilder zu posten. Ich habe einfach keine Zeit. Schnell. Oh mein Gott. Aber Hauptsache, die Jungs haben Spaß. Ne, gut. Ich warte noch drauf, dass ihnen eine Eichel aufs Auto fällt. Das ist sehr schön. 11.25 Uhr. Jetzt mache ich davon einen kurzen Screen. Drücke hier drauf, dass ich den bearbeiten kann. Schieb den zusammen. Super. Ich speichere mir den ab. Bin überhaupt gar nicht bei der Sache. Muss aber nicht. 11.10 Uhr. Jetzt packe ich den nochmal dahin. Das ist der falsche. Da ist gelb. Das sieht gut aus. Jetzt hier. So. 11.25 Uhr. 11.25 Uhr. Kann ich hier auch noch reindrücken. Mit sechs Accounts nicht zu schaffen. Hm. Falco. Das kommt auch für Dings an. Ne. Das ist wichtig, was man für Dings hat. Dings ist immer das Wichtigste. Egal bei was. Immer Dings. Habe ich den jetzt schon gepostet? Ne, habe ich nicht. Also noch Beitrag erstellen und noch in den Community Tab posten und dann habe ich es aber. So, hier sind alle tot. Hier schrumpft es vielleicht gleich, wenn ich Glück habe. Ey, was für ein unprofessionelles Video. 11.25 Uhr. 11.25 Uhr. Niantic. Einmal und nie wieder. Was ist das schon wieder? Jetzt habe ich nicht gesehen, was das ist. So, schrumpft. Passt. Absenden. Zack. Fangen. Vergleichen. Wie viel? 22.25 Uhr und 22.25 Uhr. 27 und 55. Gucken wir auf dem Kleinen zuerst. Hannes, was hast du? Hm. Hier ist 43. 22.70. 70? Ja, auf dem Kleinen hier. Das ist der Größte bisher, glaube ich. 22.70. Es gibt sogar 12.000 Punkte. 22.60. 22.70. 22.60. 22.43 auf beiden. Hm. Man, das war doch ein super Übergang. Vor allem ist alles komplett schwarz immer zu auf der Kamera. So. Vier Minuten noch Raid. Wir gehen mal auf den Raid. Und wir gehen mal in den Raid. Und wie ihr seht, der dritte freie Pass, weil wir sind ja schlau. Äh, wir haben gestern nämlich von den zwei freien Passen nur einen gemacht. Haben den zweiten freien Pass für heute mitgenommen. Und haben die zwei freien Pässe von heute noch. Sodass wir um 11 Uhr genau drei Raids machen können. Kostenlos. Ohne irgendwas auszugeben. Das ist der Hannes. Das ist die Schenaya. Gut die nicht. Die macht halt wieder alles ganz anders. Und deswegen. Die. Ja. Das klingt ja sehr begeistert. Frau Jenner. Das muss ich schon sagen. Heilen nicht vergessen. Der Black Scar Wolf war das 22.89. Und das ist ein hundertprozentiges gewesen. Da wüsste ich auch was ich dann noch von Neues. Das wäre ich schon einfach. So. Genau. So kann man das dann nämlich machen. Ja. Genaya. Supersahni. Aiwaschaf. Skinny. Sehr kancho. Shikurata. Das ist jetzt der chinesische Bruder vom Shikurata. Kennt man den. Und nie gehört. Okay. Egal. Wir drücken mal drauf. Das meiste ist im Alltag noch so nie was. Was kommt denn jetzt? Den macht man einfach wie man sich in dem Moment denkt. Das ist immer schon klar. Genau. Hallo. 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 Da haben wir zusammen mit Medo gearbeitet. War es der Hund oder die Frau? Ja der Hund. Ja okay. Da hat der Hund aber noch blonde Haare gehabt. Okay. War noch jünger. Das ist ja normal. Frauen die altern ja in einem Jahr zehn Jahre. Und Männer die altern in einem Jahr einfach gar nicht. Wir sind immer noch Kind. Das stimmt. Kind. Aber dass die das zu sechs nicht schaffen. Ich meine wir sind jetzt auch nur elf. Und haben noch dann vielleicht 200 Sekunden übrig. Da müssten doch bei 300 Sekunden sechs Leute es auch irgendwie mindestens schaffen. Ja. Aber dann waren die wahrscheinlich alle Level 30 und haben nichts gehabt. Wahrscheinlich keiner mit dem Konter. Ja. Wir haben uns ja vorbereitet und haben extra jeden großen Mist rausgewühlt. Ja genau. Ja genau. Wichtig ist halt. Klar auch die Attacken. Selbst manche muss man nicht mal pushen. Aber man muss halt mal gucken, dass die nicht die ganze Zeit mit Mist angreifen. Nur weil man Käfer Pokémon hat. Heißt ja nicht, dass das eine Käferattacke halt. Bei mir ich fange immer alles und dann bleibt es so liegen. Richtig ja. Ich habe auch nicht getroffen. Geh schnell wieder rein. Geht nicht. Kein GPS. Hängt sich auf. Scheiße. Und der Raid ist nicht weg. Gut. Jena ist rausgeflogen. Bei Jentec danke dafür. Es steht kein GPS da. Ja. Mit einer Spoofer App wäre das nicht passiert. Da hast du nämlich immer GPS. Jetzt steht sie hier, macht den Raid vor Ort und plötzlich zeigt das Handy kein GPS. Und jetzt ist der Raid weg und jetzt kann sie es nicht mal fangen und wüsste gar nicht, was sie hat. Mit einer Spoofer App wäre das nicht passiert. Ja. Ich sag's nochmal. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber das bringt Gleichheit ins Spiel. 22,66. 22,39. 22,45. 22,32. 22,31. Ah ja. Das heißt jetzt hast du noch mehr Lust daran welche zu machen oder wie? Weil jetzt das alles so verkackt ist. Ah das war ein Zeichen. Ja, aber mach gleich. Das war ein Zeichen. Der ist dabei drin. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob der sich ziemlich leicht fangen lässt. Ja, irgendwie schon. Im Nachhinein. Ja, wäre schlimm, wenn der dann auch noch abhaut bei jedem Ding. Ein Gallervogel. Ja, genau. Ich glaube damit kann er mehr so überhaupt sein machen. Verstehe die Leute aber nicht, die sagen, ja ich lass meins aber gebannt. Ich will es nicht entfesseln, weil es sieht doch viel krasser aus. Und es ist bedeutend stärker einfach. Es kriegt so einen BP Boost. Wie viel kriegt das überhaupt, wenn man es hochzieht? 4414 und das hat die gebannte Form niemals. Und wenn man jetzt vergleicht bei den Hooper, die man hat. Also bei den Hooper. Ich habe jetzt insgesamt vier Hooper. Eins aus der Spezialforschung damals. Gucken wir, wie schön das Bild jetzt ist. Jetzt sieht man auch mal was. Vier Stück aus der Forschung damals. Ja, eins aus der Forschung damals. Das war ein. Oh, 15, 14, 12. Okay. Und dann jetzt die drei Kameraden, wo ihr auch seht, von hinten bis nach vorne. 15, 10, 10. 15, 11, 11. 15, 10, 13. Das heißt, das habe ich damals auf 40 gepusht aus der Forschung. Und es ist immer noch das Beste, was ich habe. Und jetzt habe ich auch zwölf Hooper, Hooper, XL Bom-Boms und 60 normale. So. Ansonsten war es das, glaube ich, erst mal. Und hat es Spaß gemacht, Jenna? Ja, unglaublich. Glaube ich dir sofort. Hannes, wie fandest du es? War es jetzt eine gute Idee, Top Rates zu bringen? Oder sagst du, voll der Scheiß, brauche ich nicht mehr? Ja. Die Top Rates selber waren cool, aber die Aufmachen von Niantic kurzfristig sagen, kann man sich nicht vorbereiten, kann man nichts machen. Hey, du hast doch 24 Stunden Zeit gehabt. Und es ist Sondag, es ist eh nichts zu tun. München ist groß, da findest du in jeder Ecke ein. Also bei dir müsste das kein Problem sein. Na ja, gut. Aber wenn du alleine bist, dann funktioniert das auch nicht. Da funktioniert aber auch kein normaler Raid. Hey. Richtig. Ja gut, das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir versuchen das jetzt heute noch irgendwie. Und dann tschüss, schreibt es mal rein. Habt ihr einen Top Rates gemacht? Wie viele Hoppa habt ihr heute gemacht? Hupa! Und was war euer Bestes Hupa? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich hoffe jetzt. Hannity